So die Kiste bricht gleich auseinander. Wir haben das was wir wollten. Oh gönn jetzt zurück. Haben wir eigentlich voll gut gelöst. Ich würde gerne mal in die Kanalisation, ey. Das ist schon mega cool. Widerliche Bastarde, wie ich sie hasse, aber du hast Sinn gezeigt. Schwäche am Verheirat. Was machen wir jetzt hier? Wo sind wir jetzt? In so einer Kackbudi. Hier würde ich gar nicht rein. 300 xp für was denn? Dafür, dass wir in der Kackbudi sind oder was? Raus hier, ich will hier aus. Boah, überleg mal du. Rutsch doch zu spät. Ah ja, hm, okay. Ja, spring doch. Okay. Will er nicht. Ah, so ungefähr. So, jetzt bin ich mal gespannt was er uns sagt. Ah, Crane. Kommen Sie herein. Haben Sie die Probe, die ich Sie bat? Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Ich sprach eben mit Dr. Camden über Sie. Hallo Mr. Crane. Eine Freude mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Ihr Ruf all Ihnen voraus. Wirklich interessant, was das sogenannte Blut dieser Kreatur angeht. Nicht empfindlich. In Verbindung mit einer Waffe tödlich, würde ich sagen. Oh, ich schweife ab. Mein letztes bisschen Reagenz hier. Und eine einzige Ampulle. Äh, meine Güte. Das Gewebe. Der Test für den rekombinierten Virus ist positiv. Käpt'n, wissen Sie, was das bedeutet? Das Fleischexperiment funktioniert. Die mit dem verändernden Strang präparierten Köder haben tatsächlich gewirkt. Das könnte dann auch all die verschiedenen Mutationen erklären. Aber ich kann nicht. Käpt'n jedoch, er hat die notwendige Ausrüstung. Aber wir können ihm die Ergebnisse nicht zukommen lassen. Warum teilen Sie die Informationen nicht, wie er funkt mit ihm? Zu viele Daten, Crane. Das würde Jahre dauern. Zeit, die wir offensichtlich nicht haben. Es ist ein makaberes Dilemma. So nah und doch so fern. Was, wenn ich Ihnen das Zeug bringe, Dr. Camden? Persönlich. Sowohl die Daten als auch die Gewebeproben. Crane, der Weg von dort hierhin ist extrem gefährlich. Nur das Heilmittel zählt. Stimmt's? Sie wissen ja nicht, was das bedeuten würde. Für mich und für uns alle. Ich melde mich, sobald alles bereit ist. Nun gehen Sie. Ich habe viel zu tun. So viel zu tun. Jo, 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 jo. Wie ein bunter Hund. Was auch immer das bedeutet. Hey Crane, bist du da? Oma und ich sind los um das Nest in die Luft zu jagen. Was? Zur Hölle Rahim, das war meine Aufgabe. Oh klar, da du ja viel mehr von Sprengstoff verstehst als ich. Du bist ein verdammter Tourist. Aber hör zu. Wir haben Mist gebaut. Wir sind ein Mist. Was ist passiert? Wo seid ihr? Auf der Überführung und alles geht hin. Geht zum Zugdepot. Sucht euch ein Versteck. Ich bin auf dem Weg. Oma, hinter dir! Hinter dir! Rahim! Rahim! Verflucht! Gott, kannst du auch nur. Hörst du mich? Ja, ich hör dich. Was gibt's? Ich bin auf dem Weg zu Rahim. Rahim? Er ist hier im Turm. Von wegen. Er wollte mit Oma das Nest auslöschen. Und jetzt stecken sie in der Klemme. Was? Verdammt! Haben Sie den Sprengstoff her? Ich... Ich habe ihn von Rais gestohlen. Verdammte Scheiße. Bin fast da. Ich werde ihn da rausholen, Bracken. Und ob du das tust. Du rettest ihn, hörst du mich? Und zwar damit ich ihn in den Arsch treten kann. Weißt Jade davon? Nein. Dann um Himmels willen sag ihr nichts. Sonst macht sie sich auf die Suche nach ihm. Und ich kann sie nicht auch noch verlieren. Verflucht! Die sind... Die sind oben. Es wird irgendwas explodiert. Das gefällt mir nicht. Alter! Okay, die... Das Ding ist gleich hin. Oh nein, das ist gar nicht gut. Das ist bestimmt Oma. Bist du gerade ausgewichen? Waffe ist defekt, juhu! Damit es auch Spass macht, so, pass auf. Wir nehmen jetzt erstmal die, für das Ball, so. Oh, shit. Natürlich haben wir die Schossen. Alter, jetzt hört aber auf, diese Waffen immer zuzuwechseln. Die sieht ja mal mega böse an. Rahim, wo zur Hölle bist du? Hier nicht. Ich bin's. Auf der Überführung sind nur Leichen. Keine Spur von Rahim. Mist, wo könnt ihr hin sein? Ich rede ihm, sich im Zugdepot zu verstecken. Finde ihn. Verstanden? Hoffentlich ist der Kerl noch am Leben. Zugdepot ist doch da drüben, ne? Zugdepot. Unbedingt. Jetzt wollen wir mal wieder rein, wenn wir mal Zeit haben. Im Zugdepot. Okay. Vielleicht nicht direkt in dem Gebäude. Vielleicht eher woanders. Allgemein im Zugdepot. Oh, ja, natürlich. So, und wir sind nicht im Gebäude, wir sind, naja, zumindest in der Nähe. Geh mal hinein. Bevor uns dieser Spatner kriegt. Auf der Überführung habe ich nur Leichen gefunden. Rahim konnte offenbar flüchten. Ich hatte ihm gesagt, er solle sich im Zugdepot... Ich denke, er an die Wissenschance besteht. Mist. Ein Gasrohr. Irgendwo ist das Rohr. Ach, ich weiß, dass in manchen Vorort folgen und so, dass das übelst dunkel ist, wenn ich hier... Ja, kommt nur, ihr perfekten Hurensöhne! Nehmt euch alle mit ins Grab! Na ja, da sind die Jäge. Niveau. In den Wissen. Na ja, das ist nehm. Ja. Na ja. Oh, ich weiß. Das hat gut. Da habe ich eine. Kommt mal aus. Jetzt aber. Ach, du schattest. Fünf Minuten. Vier Minuten. Es gibt hier im Endbahnhof nahe der westlichen Wand einen Eingang zu den Abwasserkanälen. Der führt dich direkt zum Nest. Aha. Alles klar. Oh, shit. Okay. Okay. Ich bin wieder an der Oberfläche. Siehst du den großen Abzugskanal zu deiner rechten? Da musst du durch. Sobald du im Gebäude bist, geh die Hand hoch zum nächsten Stock. Du musst den Sprengsatz an einem der Stützpfeile anbringen. Oh, shit. Oh, shit. Abzugskanal. Abzugskanal hat er dann recht. Okay. happened. Okay. Okay, erster Sprengsatz spaziert. Gut, hör zu. Finde eine Treppe nach oben in den nächsten Stock. Soll ich nach einem weiteren Pfeiler wie dem ersten um... Wie soll ich denn... Oh, Alter. Shit. Ich komme hier nur ums Wort rein. Wir müssen da rein. Alter, wenn wir nur noch eine Minute, dann geht die Scheiße hoch. Alles klar gefunden. Ich? Ja. Ja. La, 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 la. Okay. Ähm. Rahim! Es hat geklappt! Dein Panner konziriert, Mann! Rahim! Hörst du mich? Ja, wohnen jetzt ist doch bestimmt der Letcher. Ich glaube für Rahim kommt jede Hilfe zu spät. Irgendwann werden wir immer nicht mehr viel sehen. Komm schon! Rahim! Ich bin's! Auftrag ausgeführt! Rahim! So hattest du sehen sollen! Das ganze Gebäude ist eingestürzt! Oh, Scheiße! Nein, nein, nein! Dahin! 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 Ich bin's! Ich bin's Kumpel! Dahin! Oh Gott! Dahin! Stopp! Eine verdammte Bisswunde! Du verfluchter! Dummer! Dummer Junge! Oh Gott! Jade! Das ist, äh... Nein! Hörst du mich? Was ist passiert? Reckon! Rahim! Rahim ist tot! Verflucht! Komm zurück! Und kein Wort zu Jade! Noch nicht! Noch nicht! Nicht so geil! Wir haben übrigens... Überlebenspunkte gekriegt! Okay, ich war mir nicht sicher wo... Was hat das denn? So in weniger Zeit... Boah, der Wurfhaken! Lernen Sie, wie man einen Wurfhaken baut und dessen einsetzt, um sich umgebungfrei zu bewegen Falls Sie die Wurfhaken jemals verlieren sollten... Er hat jetzt mal ein guteres Land... Der ist natürlich Tarnung... Jawä... Blumen finden Sie im... Dings... Cool... Shit... Wir haben Rahim verloren... Das ist echt schlecht... Ich hab mal in irgendeinem Video... Rahim ist tot... Ich... Ich kann es einfach nicht fassen... Was soll ich jetzt tun? Ähm... Dass die Jade auch stirbt... Ich hoffe, das trifft nicht ein... Ich hoffe, wir können uns das... Äh... Selber aussuchen... Der wollte doch auch, dass... Doch auch, dass die kämpft, oder? Dieser... Verfickte Typ da, dieser... Obermotz hier... Wie hieß der der? Der... Saine... Wie der hieß, ne? Wir wollen aber nicht gegen die kämpfen... Also ich will nicht gegen die kämpfen... Wie mag die Jade? Das ist eine von den wenigen... Hier, die nicht komplett irre ist... Und wir können jetzt schon echt lange laufen, ne? Aber... Oh... Unbedingt! Erzähl mir mehr! Haha... Entschuldigung... Die müssen sich halt echt packen... Damit die dir richtig Schaden zu machen können... Sonst rumpeln die dich einfach nur an... Oh, oh... Jump out and jump out... Oh, oh... Jump bum 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 bum... Ah, ich will ja jetzt demnächst... Nochmal Mirror's Edge spielen... Bevor da der nächste Teil kommt... Was ich wahrscheinlich nicht schaffen werde... Jetzt gucken die so aggro... Okay, jetzt können wir uns mal verkaufen... Uns aller Wertsachen und zwar... Genau... Einfach Spy modifiziert... Können wir dafür noch was? Können wir dafür noch was? Nein, nein... Darf ich nicht... Wo sind wir denn? Ah... Brecken... Brecken... Was ist passiert? Musste es tun... Es war zu spät, er mutierte... Ich hatte keine wahrlich schwör's... Mann... Er war auch mein Freund... Der Beste den ich hier hatte... Ich weiß... Ich weiß... Er hat mich oft genug zur Weißdut gebracht... Aber ich habe ihn geliebt wie einen Bruder... Wieder ein Freund tot... Wieder ein Bruder gefallen... Ich habe ihm vertraut... Ich habe ihm sogar den Sprengstoff anvertraut... Wenn ich ihn nicht dort gelassen hätte... Wäre er vielleicht noch am Leben... Oh nein... Jade! Jade! Warte! Jade, verdammt! Lassi... Gib ihr etwas Zeit... Zeit zu trauern... Sarah! Mist! Lauf hin! Sie dürfen ihn nicht kriegen! Ähm... Waaa... Alter! Ach... Hannah! Ja! Hahaha! H Uft! Heft! Homp! P Pool! Höröra! Rum wellnessacje! aggg... Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Dings anfertigen. Ich wundere mich ja wieso ich mich nicht heilen kann. Ich habe schon die ganzen Diener verbraucht. Das kann doch nicht sein. Math Kids. Brauchen wir mal ein paar. Alter. Ich glaube die wollten Asira gar nicht. Oder? Da drin ist keiner. Sie sind mit Zera weggefahren. Teil. Wohin denn? Suchen Sie Dr. Zera. Ja wo denn? Mist. Braken? Zera ist entführt worden. Sein Anhänger brennt. Mist. Das kommt davon, wenn man sich mit Rais anlegt. Ihr hättet das mit der Schule niemals durchziehen sollen. Eine Gruppe von Rais Schlägern ist auf dem Weg zum Stützpunkt gesichtet worden. Jede Wette, dass sie Zera dorthin gebracht haben. Du gehst dorthin, findest Zera und bringst ihn unversehrt zurück. Verstanden? Es ist schön, dass es jetzt nachts ist. Schön, dass es jetzt nachts ist. Ich hoffe, ihr könnt ein bisschen was erkennen Oh, wie geil das mal aussieht in der Stadt Im Horizont Alter Schwede